Oh, dass ich immer... Neue Reise drücke ich immer auf F3 von F4 und ich hab... es läuft jetzt, aber hallo und herzlich Willkommen bei Let's Play My Crown. Feed the Beast Unleashed. Was ist das für eine Aufmerksamkeit, das ist ja... Das ist unsere Einleitung. Hast du die aus der Minecraft-Mini-Folge nicht gehört? Da, oder auf die Tasse und... Oh, mein Finger. Der hab ich nicht. Also, Feed the Beast Unleashed auf dem Kanal von Kaffeeböcher.ep und auf dem Kanal von Anonymus. Mit den üblichen Fünf... Fünf, vier... Mit den üblichen drei Verdächtigen, ich wollt vier sagen. Anonymus von Anonymus, McFly von Kaffeeböcher.lp und Gorobai von Kaffeeböcher.lp. Ich sag diese Folge einfach mal wieder gar nichts. Manchmal, das ist einfach besser, gar nichts zu sagen. Und ich grüße meine Mama, hallo. Hiiii! Oh nein. Oh nein. Was? Oh, ich brauch den... Oha, ich hab keinen Zaun mehr. Darum ging's ja so. Du hast keinen Zaun mehr? Eww! Oh, alter Anne, Mann. Was? Das war mein... Ich komm mal auf den Boden auf und brech mir ein Weing-Geräusch. Ich kann nicht mehr. Das wär... So macht das doch immer noch... Ja, es ist okay. Und wenn dann noch die Achillessehne reißt, dann ist so... Ich wollte nochmal was sagen und zwar Livestream-Gucker sehen ja bekanntlich mehr. Das heißt, am nächsten Mittwoch... Das ist ja Samstag jetzt, heute ist ja Samstag. Ähm, nächsten Mittwoch könnt ihr ja wieder einschalten. Beim Livestream. Wenn es wieder heißt. Let's play Livestream mit McFly. Und Goro. Genau. Mit McFly. Mit McFly. Ohne Goro bei. Ist nur McFly. Nur McFly diesmal ja. Uh, scheiße. Müssen leider... Scheiße? Findest du McFly scheiße? Nee, ich find nur ohne Goro bei scheiße. Hast du das gehört, Max? Das... Hat sie mir gesagt, dass sie sich gut findet? Sie hat nur gesagt, ohne dich hier scheiße. Oh, du bist so gemein. Ups. Ups? Ups. Boops? Ah, jetzt ein paar Boops, ey. Jetzt ein paar Boops, wahr? Jetzt ein paar Boops. Da hab ich mich ja im Vorteil. Ähm. Ja. Genau. Das ist... Ich bin immer noch nicht zufrieden damit. Also jetzt nicht mit eines Boops, aber... Danke, danke. Das ist doch das Angefühl, das. Das hat echt benachteiligt gefühlt hier. Aber so mit diesem... Stromgezeug hier, das ist irgendwie... Was möchtest du denn mit dem Stromgezeug machen, Tore? Stromgezeug? Wer kennt es nicht? Was ich machen möchte, jetzt hab ich hier erstmal wieder ein Loch in mein Haus gemacht. Max! Ja? Was hast du in meinem Turm gemacht? Ich habe deine Truhen geplündert. Und alles Unnötige, was du nicht mehr voraus rausgenommen. Damit ich das verzaubern kann, was dabei auch so sehen kaputt geht. Und dann kann ich sagen, ups. Hast du jetzt echt was aus meinen Truhen genommen? Ja. Oder Truhen? Was? Eine Schallplatte, paar Forstmits und äh... ...der Rüstung. Warum hast du die Schallplatte mitgenommen? Wieso klaust du mir Sachen? Weil sie dreimal die gleiche Schallplatte hatte. Na und? Warum hast du dreimal die gleiche Schallplatte? Ich weiß nicht, ich hab einfach immer alle Schallplatten in meinen Kisten reingepackt. Ja, saug dich voll! Raubspirate sind Verbrecher. Saug dich voll! Sehr gemacht. Ah, kann ihr? What the fuck? Hä? Ah, kann ihr? Bin du im Jungs. Kann ihr. Kann man dich denn erforschen? So wollte ich das so machen. Nein! Wiert! So. Da muss jetzt wieder rum. So. Und da? So. Auch. Auch. Jetzt hätte ich ja fast die Aufnahme gestört und die Regel meines Team-Sweek-Servers gebrochen. Was? Gerade. Weil die Fritz-Cola, die ich gerade trinke, Product Placement und so, hat zu viel Kohlensäure. Und da hättest du, warte mal, du hättest geröbst in der Aufnahme? Ja, fast halt, ne? Ah, das war echt knapp. Gepriesen, sei der Herr. Praise or not! Ja, das muss aber noch hier und dann da. Ja, so kommt das Gefühl. Bin ich damit jetzt zufrieden? Bin ich. Auch nicht hundertprozentig. Was ist das? Ah, 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 ah. Beide. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall den Turm noch, ähm, unabhängig von der Aufnahme weiterbauen. Das werde ich tun. Du ein Ober-Doppel-Riesen-Mist. Ober-Doppel-Ries... Was ist das? Ah, da ist. Fertig. 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 Los. Ah, ja. Fertig. Wisst ihr, was ich jetzt gleich noch machen werde? Werde? Auf Klo gehen. Ein ausgiebiges Bad nehmen. Nein, nicht auf Klo gehen. Ein Bad nehmen. In Minecraft? Nein. Im Real Life. Du hast ein Real Life? Und warum bin ich dabei? Und so entstehen Gerüchte, liebe Kinder. Ach, ja. Max hat gesagt, ich bin dabei. Ich liebe ja Gerüchte. Ich bin ja auch dabei. Meine Schwester ist ja Grundschullehrerin und die hat so eine lustige Story letztens gepostet auf Facebook, ne? Die ist auch Grundschullehrer? Bist du Grundschullehrerin? Boris ist auch Grundschullehrerin. Lehrerpaaren sicher. Ja, wie gewöhnlich mit der anderen. Im Flugverein heißt das. Nein, jedenfalls, was ich sagen wollte, sie hat auf Facebook so eine lustige Story gepostet. Und zwar, Ausgangssituation war wohl die, dass ein Mädchen, ein Mann am Schulhof hat vorbeigehen sehen in roter Jacke, der wohl etwas böse geguckt hat. So ein Spaziergänger im Park ist an der Schule vorbeigelaufen und hat wohl etwas böse geguckt. Kinderschöne! Kind, ich war zu flennen, ja? Und dann ging's halt los, ne? Das ist so von wegen, ging's halt immer weiter von wegen Gerüchte, so in der Pause verbreitete sich das so, von wegen er hätte sie irgendwie angefasst und sonst irgendwas, ne? Aber am nächsten Tag wurde plötzlich in einem drohter Jacke gesucht. Und dann ging's so drum, ja, der Kindermörder, bla bla bla, ne? Und dann in der Stunde, meine Schwester sagt so, hat sie versucht zu erklären, dass es halt gefährlich ist, wenn man so Gerüchte in die Welt setzt und dass man das nicht macht. Und alle Kinder so verständnisvoll am Nicken und so, ne? Und dann klopft's so an die Tür und alle Kinder so, der Kindermörder! Und so voll am Ausrasten, meine Schwester so, alle pädagogischen Bemühungen umsonst. Alle Kinder haben am Ausrasten, weil's an der Tür klopft. Echt gefährlich, ne? So Gerüchte. Gerade sowas? Gerade sowas? Gerade sowas, ne? Was ja auch ganz gerne mal passiert bei bei Gymnasien und so, ne? So dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, dass da irgendwas ist, ne? Ach was, das waren ja nie Gerüchte. Das waren ja nie Gerüchte. Da war immer was dran, meinst du? Ja, aber man hat schon immer gesagt, dass das Dubau, das ist da, wo wir zur Schule gingen, das ist das dänische Gymnasium in Flensburg, dass das ein überdachter Jahrmarkt ist. Was? Das haben wir selber immer gesagt, ja. Das ist doch dieser überdachte Jahrmarkt. Du, boah, das ist doch dieser überdachte Jahrmarkt. Kriegst du so zur Sache, oder was? Das ist das, äh... Darf man nicht... Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Zustände, die kann man nicht beschreiben. Zustände, das hat nichts mehr mit Schule zu tun. Jenseits von Gut und Böse. Was ist denn der scheiß komischen Fettelskohle da? Junge, was ist denn hier passiert? Wo? Dein Punch... Da ist ein Zombie hinter dir. Ey! Hab ich ja gesagt. Was ist... was ist wo passiert? Den komischen Lampen. Ja, und? Ich hab's ausgeleuchtet, damit gerade sowas hier nicht passiert. Was? Der Creeper? Ja, komm jetzt gerade. Aber der hat Angst an deine Katze. Der hat Angst an deine Katze. Oh, wie Trap! Der Creeper guckt da auch schon. Alle so, what? Weißt du, vor allem... Max sagt das auch einfach so trocken, weißt du das? Irgendwie muss man die ja Panik einflößen. Hey! Ich werde versuchen, von drinnen weiterzubauen. Hey! Oh, Grafter. Hey! Oh, Grafter. Scheiße, 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 scheiße! Oh, 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 oh! Und was Tore an dieser Stelle meint, liebe Kinder, ist scheidenkleister scheiße. Schade, schade, schade. Wow. Schlimm, schlimm, schlimm vielleicht. Versuch, ich brauche es zu schreiben und schreibe Brankse. Brankse. Erkennt es nicht. Erkennt es nicht, erkennt es nicht. Und ich wollte nämlich, warum zeigt dir das komische, ne, an der Seite nichts. Warum kennst du Brankse nicht? Wie wirst du mit einer richtig schönen Runde Brankse? Erkennt es nicht, das edle Baumaterial. Brankse. Damals in der Steinzeit, als sie noch Brankse benutzt haben. Die Branksezeit. Kam gleich nach der Kreisezeit. Sie kam gleich nach der Branksezeit. Das war ein Kreislauf. Ein ewiger Kreis. Muss ich jetzt echt Bronze leerstellen. Brankse. Brankse muss ich leerstellen. Nein, Bronze. Wenn man Bronze hat, dann gibt man das sofort wieder aus, weil es so schwer ist, hinzustellen. Wie du sagst, wie sich das schwer ist, ist es einfach nur ein Nerv. Genau. Schwer. Weißt du, so Eis ist. Motorrad bestimmt irgendwas in den Kästen. Warte, ich guck mal, ob ich Bronze hab. Ich hab Kopper, ich hab... Irgendwie Lehmziegel. Oh, Glasfaserkabel. Kopper. Ah, ich hab Bronze hier. Wie viel brauchst du? Ein. Zwei. Bronze ist doch eine Legierung im Prinzip, oder? Ja. Also gut, er kann annehmen. Ja. Also, wieso kann man so... Richtig schön, dass Eisenblöcke so leicht herstellen. Ich hab mich auch schon gefragt, was sie hier macht. Und dann Bronze? Was ist daran so magisch? Bronze. Was ist daran Bronze so magisch? Dass es hart ist? Also, es ist härter als... Härter als Stahl, oder was? Ja, härter als Kupfer war das doch so, oder? War das nicht der Grund, warum das entstanden ist? Härter als Kupfer, aber weicher als Eisen. Deswegen den Scheiß. Es klopft. Irgendwo klopft es hier. Ja. Gegen meinen Kopf. Klop, 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 klop. So ein Specht. Klop, 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 klop. Katze, jetzt komm mal runter da von der Scheißkiste, Mann. Hallo, ich bin außerhalb der Sprechzeiten. Ich bin nicht zu sprechen jetzt hier. Beschwinden Sie. Üb mir nicht, können wir nicht leiden. Du sollst von der Kiste runterkommen. Du kannst mal ganz runterkommen jetzt hier. Setz dich hin. Ich bin im hohen Rost, komm. Du sollst da sitzen. Du Scheißdrecks, Katze. Was der Gorobal meint. Du böse, böse Katze. Böse, böse, Mieze, Katze. Muschi. Muschi. Meine Muschi ist auf den Baum gelaufen. Und warum ist Muschi so ein witziges Wort, Max? Haben wir gelacht? Ja, ich hab kein Lachen gehört. Ich schon. Max ist die ganze Zeit, hörst du nicht dieses Gelächter? Und diese... Das ist, weil ich irgendwelche füßen Pläne aushäcke. Äh, genau. Mit der ich dich töten werde. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Maxl-Stielzchen heiße. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Pure M-Heiß. Ich hasse euch. Oh Mann, das wackelt hier immer voll, wenn ich lache. Mein Arm immer mit lachen. Mein Arm lacht immer mit. Oh, ich lache mir gleich in der Arm ab, du. Oh Mann. Oh, du hast so ein scheiß Glätt auf deinem Bienenfeld rumlaufen, Tuch. Jetzt hör mal auf, da rumzulaufen, Max. Ich kann noch nichts dafür. Ich finde das Foto von dir. Ich mag, ich komme bitte runter von meinem Bienenkanisterfeld. Bienenkanister? Ja. Du weißt ja nicht, wie ein Bienenkanister. Ach, da, jetzt hab ich sie mit. Zack. Ja Mensch, wie mache ich denn da weiter? Könnte ich das vorstellen, wie das da so bam, bam? Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, man. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr euch das vorstellt. Nein, ich will das gar nicht wissen. Ich hab da schon eigene Visionen. Ich bin keine Demokratie, Mann. Nee, man Schneemann, sagst du? Nee, man Schneemann. Wenn ihr Demokratie wollt, geht wählen, Mann. Gewählen, ey. Sag nein zu Nazis. Aber ja zu Clowns, denn Clowns sind lustig. Da kann man ja auch Ja zu Nazis sagen, ne? Die sind ja auch sehr lustig. Sag einfach Ja. Tja, Anne, auf das Statement wirst du jetzt festgenagelt. Schon. Und dann später so in der Bewerbung so, die haben da ein sehr interessantes Zitat von ihnen gefunden, was sie in die rechte Ecke anordnen. Sie meint, man sage Ja zu Nazis. Die halten also den Nationalsozialismus für lustig. Was kommt als nächstes? Leugnen sie den Holocaust? Das ist Holoclaus. Der gute alte Holoclaus, wer kennt die nicht? Holoclaus? Ist das dein Bruder von Porno-Klaus? Und alle Leute, die jetzt den Porno-Klaus kennen, bitte jetzt einen Daumen hoch, weil die Folge ist schon zu Ende. Schreibt doch in die Kommentare. Schreibt doch auf, bevor du Klaus kennt. Können wir noch kurz einen einblenden, der das Blitzdings macht, damit unsere Zuschauer vergessen, dass sie das erfüllen. Wo ist Max? Der hat auch immer so Blitzdinger dabei. Blitzdings. Zieh dich aus, Max. Dann machst du den Blitzer. Und unser Mandat für den Flachwitzbeauftragten wird heute vergeben an Toren. Juhu, ich bedanke mich. Vielen Dank. Ich danke allen, die an mich geglaubt haben und meinen Zahnarzt. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Du bist zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sag tschüss, Max. Ihr Scheißspinner. Tschüss.